Ich verstehe das nicht. Ich mache mal Überlebensinstinkt. Da hinten blinkt das in dem Raum. Achso, das ist die Treppe. Ja, natürlich muss ich auf die Treppe, aber wie? Ich bin doch gar nicht oben. Wie kommt man denn da hoch? Muss ich das Boot wirklich noch näher heranholen? Was passiert denn dann? Schau, ich fahne hier aus nicht. Wird mir nicht angezeigt. Oh ne, oder? Kann ich da irgendwie so... ...mich entlanghangeln? Die hält sich nicht fest. Seltsam. Ja, das bringt mir alles herzlich wenig, wenn du nur am Blinken bist, du blöder Überlebensinstinkt. Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Ach. Bist du doch schon. Du bist doch schon am anderen Ende. Verstehe ich nicht. Ich habe gedacht, so, ey, was für ein leichtes Grab, weißt du. Und jetzt? Ich gehe noch mal zurück. Von da konnte ich nicht das Boot ranziehen, aber von da, oder? Aber das bringt mir nix, weil da zu ist. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich mich da hinstelle, ziehe ich das Boot von da nach da so rüber, aber dann ist es ja da und nicht da. Es muss ja da irgendwie hinkommen. Trotzdem, ich muss es versuchen. Vielleicht geht das ja, indem ich über Eck springe. Das kann ich ja so. Über Eck und dann runterfallen. Hier kann ich Feuer holen. Aber das auch nicht machen. So, dann mache ich das jetzt von hier aus nochmal. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Nie im Leben. Jetzt ist das ja viel zu weit hier drüben. Oh, Mann. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Ankerstelle zurückgehe, dann schwimmt das noch etwas weiter. Wieder nach da oben. Das ist eigentlich nur ein Hin und Her-Dingsen von dem Boot. Mehr ist das nicht. Ja, aber jetzt komme ich ja nicht mehr da rüber. Oh, Witz, komm raus. Hä? Ah, jetzt ist die Lampe darauf gelandet. Jetzt kann ich mich frei in dem Wasser bewegen. Das ist auch nicht schlecht. Das habe ich zwar jetzt gar nicht gewollt, aber... Ey. Guck mal, so kann auch der Zufall einmal irgendwie... Das ist gut. Das ist ganz gut. Das ist so geil. Ja. Wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Ach da. Wenn, dann will ich auch was mitnehmen. Ah. Immer dieses... Oh. Und man weiß gar nicht, was sie sich da rausnimmt. Grab durchsucht das überflutete Gewölbe gemeistert. Ja. Ich bin gut. Strand mit Schiffswrack. Ja. Ja. Ich und Karten lese. So, cool. Führen sie in Lager Upgrade für Waffen durch. Es schafft doch nichts. Na. Es schafft nichts. Ich brauche nichts. Jetzt muss ich für den ganzen Weg zurück. Ola. Hä? Doch, hier. Von hier bin ich gekommen. Oh, 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 oh. Hö? Kann ich da rüber? Ja. Guck mal, hier geht's Anna lang. Wo komme ich hier noch lang? Hä? Das kommt mir mal bekannt vor. Jetzt bin ich... Hä? Seltsam. Ich glaube, dass es wieder zurückgehen. Ich versuche jetzt mal, darüber zu springen. Oh. Ach, und da werde ich mal eben aus der Welt geglitscht. Weil da nichts mehr war. Gut. Ne, dann hätten wir das auch geklärt. Da lang nicht. Aber ich sehe hier gerade nicht durch. Wo bin ich denn hergekommen? Da gehe ich nicht lang. Da gehe ich halt wieder hier lang. Hä? Aber von... Hä? Hä? Ich kann oben wie unten lang. Und ich kann da nicht rüberspringen. Finde den Fehler. Hä? 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 Wieso ist die denn da jetzt gerade nicht rüber gesprungen? Habe ich wieder zu falsch gedrückt? Die muss doch da rüber. Ja, ich habe wieder falsch gedrückt. Okay. Die Spinte sind ja wie beide so Last of Us, ne? Hä? Ach, hier war ich schon gewesen. Ich komme von hier? Okay, meinetwegen. Überlebensinstinkt, ja. Brauche ich nicht. Da unten ist bestimmt auch noch irgendwas. Da blinkt es. Da ist was. Ich muss da hin. Oh, es blinkt. Deine Augen machen blingbing. Alles ist vergessen. Deine Augen machen blingbing. Alles ist vergessen. Drei Teile gefunden vom Gewehr. Na toll, jetzt habe ich kein Lager. Und hier komme ich auch nicht zurück. Toll, und wie komme ich da jetzt wieder hoch? Nur weil meine Augen blingbling gemacht haben, bin ich jetzt hier unten. Geh da wieder hoch. Wie bin ich da hochgekommen? Wo bin ich? Da, ne? Ach, gut. Hä? Äh. Hm. Was? Kann ich da sein? Was möchtest du denn mit deinem Überlebensinstinkt? Ja, Mann, ich weiß doch, dass ich da hin muss. Radseil-Artistin. So. Jetzt werde ich hier schon vom Überlebensinstinkt gehetzt. So. Willst du hier? Aufgehen? Oder habe ich wieder diese Funktion noch nicht? Ich lebe sie noch nicht. Ja, das kann ich noch nicht. Oh, das kannst du noch nicht. Spalt kannst du das, Laura. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets weisig wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Ja, von der Hoshi haben wir ja schon mal was gelesen. Ich erinnere mich, Waage. Okay, weiter geht's. Bunker an der Klippe, ja. Ich hab's doch gesagt, irgendwie haben die Ähnlichkeiten mit Bunker. Das sind also auch welche. Da macht wieder was, Bling, Bling. Meine Augen machen Bling, alles ist vergessen. Wo ist es denn? Da. Bunkerausblick. Ah, da ist ein Lager, cool. Ich nehm erstmal noch die Kiste mit hier. Yeah. Und dann können wir auch schon irgendein Waffenupgrade machen, ne? Genau, das Gewehr. Supi. Guck mal. Da hab ich zu wenig Geld. Ich hab für alles vermutlich zu wenig Geld. Was ist das? Visier erhöht ins Zoom und ver... Ja, komm, dann nehmen wir wenigstens das. Dann kann ich ein wenig zoomen. So, und ich nehme an, dass dort hinten ist die Endurions, so wie sie aussieht. Dann dürfte ich's doch eigentlich nicht mehr weit haben zum Alex. Oh, das ist aber ein krasser Bunker, ne? Das ist echt heftig, ne? Riesending. Wo komm ich da denn überhaupt her? Weil da ist... Ne, ach, da hinten. Nein! Was mach ich? Falscher Knopf, ey. Mann, 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 Mann. Oh, ey. Ich fass es nicht. Ich dummbrot, ey. Dumm-di-dum. Nochmal! Ja. Haben wir schon gesagt. Wie? Siehst du jemanden? Ich kann doch da nicht seitlich springen. Ich muss doch da springen, wo noch ein Rohr auf der Seite ist. Gerade bin ich rübergeklettert, kann das sein. Und jetzt bin ich so dran entlang gerutscht. Ach, ich hab's etwas schräger angesetzt, deswegen wahrscheinlich. Das ist überall Maschendrahtzaun. Ich muss hier weiter an den Rohren anflangen. Die bestimmt gleich wieder abbrechen werden. Oh, ich dachte schon, ich muss springen. Guck mal, die Teppiche gibt's noch. Ich dachte, die wären, äh... Die wären schon vorbei in der anderen... Boah, ich find immer mehr so Waffendinger. Okay. Okay. Ich bin da an schau'n. Aha. Das ist bereit. Ups. Gut, versuch jetzt! Das ist keine Verschwendung. Wie viele Generatoren sind das? Stopp. Stopp. Wir haben einen Einfluss. Hopp. Stopp. 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 Oh mein Gott. Was? Hat der irgendwie ne Rüstung an? Boah. Ach. Ich dachte, ich hätte hier so ne aufgepimpte, äh... Schmetter-Axt. Den war dann wohl nicht so. Was hab ich denn lautlos gekillt gerade? Da oben ist einer. Oha. Ich reiß mir mein Headset ab. Rauchen die ein scheiß Stadionsflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Eins, zwei, drei... Ruhig halten, wir ziehen den Rauch! Was geht da oben im Palast wohl vor? Denn unser Rauch der über dem Leiter... Soll ich die machen lassen, um mich irgendwie... Ich muss die umbringen. Ich kann mich ja nicht dran vorbeischleichen, glaub ich nicht. Der hat mich gesehen. Wir haben einen Eindringleck! Ist klar. Oah. Ach, Mann, ey, das ist doch schon wieder Pisse hier, ey. Ne, komm, ich mach gleich wieder aus, ey. Ach, jetzt spawr' ich hier. Wir ziehen ihn raus! Warum das denn? Was geht da oben im Palast wohl vor? Komm. Gäb's ein Problem, dann wüssten wir Bescheid. Aber der Ort, wo ich mich hier befinde, ist scheiße, oder? Die Sachen gehen alle kaputt, wenn man gegen die Sachen schießt. Ne. Ne. Ich bin nicht tot. Wo geh' ich denn mal hin? Da ist ja auch nicht viel besser. Hier kann ich mich besser bewegen. Oder kann ich irgendwas abknallen, damit das denen auf den Kopf fällt? Wenn hier schon alles so... porös ist. Guck mal, hier sind die Munitionen. wo 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 wo. Bin ich hier irgendwie in der Ecke? Ja. nö Blit Woah, fuck! lasst mich doch- Marchgh! Ne. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt geht mir schon wieder alles auf den Keks. Ne. Da oben ist auch einer rechts. Ne, ist mir scheißegal. Komm, ich mache jetzt noch einmal den Amoklauf. Ich mache einmal Amoklauf, Lara. Ja! Ich bin jetzt wütend. So, gut, das war einmal Amoklauf, Laura, äh, Lara. Ja, ich auch, ich lauf auch Amok. Ne, äh, das war die Aufnahme-Session für dieses Mal. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, noch, ja genau, noch 20 Minuten müsste es eigentlich laufen, aber ne, sehe ich nicht ein. Dann ist ja schon wieder alles gegen mich hier. Gut, ähm, eineinhalb Stunden habe ich gespielt. Ich denke mir mal, ich werde nochmal irgendwie fünf Stunden spielen müssen. Ich bin ja noch nicht mal seinem Schiff angekommen. Oh man, na gut. Ähm, ja, das war die Aufnahme-Session für dieses Mal. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Ciao, ciao!